Und ich pinkele ihren Bauch an, ich pinkele ihren Bauch an, ich pinkele ihren Bauch an, so, hallöschü, meine lieben Frohnichsraum, nesgesio, pisu, euch meine lieben Zuschauer, begrüßt euch recht herzlich zu einem weiteren Partabend, edia the dog, die sad. Ja, ähm, herzlich willkommen und so, und ihr wisst schon Bescheid. Ähm, ich habe immer noch keinen Plan, wie man hier weiterkommt, weil ich das, äh, fast direkt nach der, äh, letzten Folge aufnehme. Und, ähm, ja, ich hab bis jetzt noch keinen Plan gehabt, beziehungsweise geguckt, wie ich hier weiterkomme. Also, werde ich jetzt diesen Part jetzt hier einfach noch sinnlos hin und herlaufen und mal gucken, ob ich irgendwie was übersehen haben könnte. Der wird doch nicht allzu lang gehen. Und, ähm, falls ihr das bis zum Ende geschaut habt, also ich hoffe mal, dass ihr bis zum Ende geschaut habt, sonst haue ich euch. Ähm, und ich immer noch keinen Plan habe, wohin ich muss, dann bitte spoilert mich bitte. Dann spoilert mich bitte, weil ich hab irgendwie keine Lust, irgendwie selber nachzugucken, das finde ich irgendwie selber doof. Und, äh, jetzt ist dann natürlich eure Interaktion gefragt, ähm, was ich denn jetzt, äh, machen muss. So, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wo ich hier bin, dann schaut bitte die letzten Parts. Da hab ich nämlich schon einiges gemacht und so. Und, ähm, ja, da ich jetzt hier im Keller schon war, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr wieder in den Keller gehen, weil mir fehlen dann noch diese zwei Steuerknüppel, ne? Und, ähm, von daher, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo es jetzt wirklich weitergehen könnte oder sollte oder so. Wie gesagt, Studierzimmer, da muss ich nicht hin, weil ich hab auch selber nichts mehr im Inventar, ne? Außer diesen Handbohrer, aber dafür hab ich auch keinen Plan, ehrlich gesagt, wofür ich den gebrauchen könnte. Ähm, ja, komm, nehmen wir auch mal das Tier. Ich könnte ja noch mal hier ins Gästezimmer gehen, aber ich hoffe mal nicht, dass dieses Viech da ist. Ja, das war da ja vor ungefähr fünf, sechs Parts oder sowas, keine Ahnung. Da waren wir ja mal irgendwann mal oder so, keine Ahnung, da war ja irgendwas. Ähm, ja, 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 komm, Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. So, hier. Boah, fuck, hab ich mir jetzt erschrocken, weil da der Stuhl gedingst war. Okay. Ich denk mal echt, dass ich hier schon alles gemacht hab, weil da kam nämlich das Viech hier, da hab ich mich ja, glaub ich, in dem Schrank versteckt oder sowas, oder bin gestorben oder so, ich hab keine Ahnung. Wofür ist das? Hier hab ich einen Schlüssel. Hab ich den schon benutzt? Sieht so aus. Weil hier, denk ich mal, nicht ist, äh, hier, ich denk mal, und so. Also ich denk mal nicht, dass hier irgendwie so ein Steuerknüppel sein könnte, ne? Weil da war ja eher nur ein Schlüssel für, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Also ich glaub echt, dass hier nichts mehr ist. Okay, die Hemden kann ich auch nicht irgendwie benutzen. Ich hasse das immer, wenn ich mein Fenster auf Kipp zu mache, dann geht's trotzdem wieder auf. Mein Gott. Ich hör mal, das hört man durch das Mikro nicht. Man hört jetzt, glaub ich, nur noch den Krankenwagen vorbeifahren oder so. Ansonsten, ey. Hier selber ist auch gar nichts, ne? Ja, hier in den Schüppeladen überall hab ich ja schon geguckt. Also denk ich mal, dass ich hier schon geguckt hab, weil sonst wär das hier irgendwie doof oder dumm. Ah! Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Mein Bildchen wurde auf einmal rot. Hallo? Passierte da jetzt irgendwie was? Ähm. Ich würde ehrlich gesagt nicht nochmal rein. Okay, komm, wir gehen jetzt noch einmal rein. Komm, komm, komm. Go, go, go. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt da sterbe. Alter, wieso wurde es da auf einmal rot? Also hier ist noch irgendwas, oder wie? Also das Vieh scheint mich hier noch holen wollen zu kommen. Holen wollen zu kommen, ja. Komm, holen wollen zu kommen. Komm, holen zu kommen. Gekommen in deinem Popo. Gekommen irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber wieso wird der Bildschirm gerade rot? Wieso? Das hat mir jetzt gerade irgendwie Angst gemacht. Wenn ich getrost ehrlich bin. Kann ich hier in den Schrank rein? Nee. Wieso wurde es gerade hier rot? Ich habe einfach mal nur noch gehört. Ich wollte mich gar nicht mehr umdrehen. Mal ganz im Ernst. Wozu sollte ich mich dann auch umdrehen? Wenn ich dann weiß, dass das Viehchen hinkommt. Also hier scheint auch die einzige Stelle zu sein, wo das Viehchen hinkommt. Alter Vater. Kommst du jetzt nochmal? Ich weiß gar nicht, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhören sollte. Ich bin momentan wieder ein bisschen krank. Hallo? Was könnte in diesem Raum hier sein? Ich glaube hier ist echt gar nichts mehr, aber trotzdem. Wieso wurde der Bildschirm gerade rot? Das würde mich ja jetzt trotzdem schon gerade interessieren. Habe ich vielleicht irgendwas in meinen Notizen stehen darüber? Warte mal, ich sollte mir irgendeinen bezüglich... Ich habe den Sprengstoff vor, den du für den Abschlussablasskanal brauchst. Bitte versuch den leichtsinnigen Lakanien beizubringen. Ich weiß, ich kann selbst nicht exkludieren von deinem Getränkaufbau hat. Im Raum nebenan habe ich zwei große Feste dafür vorbereitet. Wo habe ich das nochmal gesammelt? Warte mal, ich soll irgendwo in den Kommentarstand auch noch, dass ich mir irgendeine Notiz nochmal durchlesen sollte. Ich glaube, das werde ich jetzt nochmal eben fix machen. Stimmt, da war doch irgendwas. Also ist das wieder eine Folge, meine lieben Freunde, wo ich nur die ganze Zeit hin und her irre? Also nichts weltbewegendes oder so. Hallo? Ich höre die ganze Zeit... Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall Notizen. Da sollte ich mir irgendwas durchlesen. Tierexperiment. Ja, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so eine wichtige Grenze. In der Anatomie ist, denke ich mal, auch nicht so wichtig. Anleitung. Genau, diese Anleitung verstehe ich auch noch nicht so wirklich. Stell dir die Hebel so ein, dass du die eigene Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Achso, das habe ich schon. Hoch 8 und runter 8. Das habe ich schon gemacht. Achte darauf, dass der Dampfstromfunktion triniert, die Dampfanlage. Was zur Hölle das auch immer bedeuten soll? Vierphasen, Ampitude, was auch immer das bedeuten soll. Kompletter Dampfstromkreislauf, keine Ahnung. Also ich denke mal, dass es halt komplett dann auch durch diese eine Maschine gehen soll, wo ich dir auch die Kohle reingesteckt habe und wo ich diese Zahnräder auch reingetan habe. Und, ähm, bevor alle Stäbe eingeschoben sind. Das heißt, ich muss echt noch drei Stäbe finden, oder nicht? Und hier, diese komische explosive Mischung. Im Raum nebenan habe ich... Wo habe ich diese Dingsens Notiz gefunden? Ähm, das war... War das im Keller? Wieso ist hier die Tür zu? Ist das nur, weil ich jetzt ein neues Spiel gerade begonnen habe? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Ähm, wo habe ich die Notiz nochmal gefunden? Zwei explosive Fässer. Ähm, Fässer gibt es auf jeden Fall unten in diesem Lagerraum, glaube ich. Also ich gehe jetzt nochmal fix in diesem Lagerraum. Wenn ich da echt nichts finde jetzt nach ein paar Minuten, ähm, bitte ich euch auf jeden Fall zu spoilern. Wie gesagt, sorry, ich denke mal, Interaktion könnte Amnesia auf jeden Fall mal gebrauchen. Beziehungsweise ein paar Kommentare wenigstens. Und, ähm, da ich mich ja bis jetzt immer so schön auf euch verlassen konnte, denke ich mal, habt ihr da eh Ahnung von. Also einige von euch dann auf jeden Fall Amnesia schon einige Male gezockt zu haben. Beziehungsweise als Let's Play selber gesehen zu haben. Und, ähm, ja. Deshalb denke ich mal, dass ihr da schon Ahnung habt. Ich hoffe mal, dass das Viech jetzt nicht auch hier ist. Das wäre eher uncool. Ne, Viech? Ist uncool, wenn du hier bist. Oh, ist ja schon wieder so dunkel hier, ey. Was ich mich auch frage momentan, ähm, diese Tür hier, die verschlossen ist. Und diese Trümmer. Kann es eventuell sein, dass ich hier diese, äh, exklusiven Fässer hier hinbringen muss? Damit ich eventuell die Trümmer sprengen kann? Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür das sein könnte. Warte mal, ich lese mir das jetzt. Oh, sorry. Ähm. Bin ich schon mal nicht so vorbereitet? Den du für den Ablasskanal brauchst? Was für ein Ablasskanal? Ablasskanal ist, denke ich mal, wenn dann im Lagerraum. Ablasskanal. Oder das ist da, wo diese Frau ist. Da ist ja auch so ein Ablasskanal, damit das Wasser runterfließt. Versuch, das auch deinen leichtsingenen Akalien beizubringen. Selbst wenn die für nicht exklusiven voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden, im Raum nebenan habe. Was für ein Raum nebenan? Also es sollte... Hier gibt's auf jeden Fall nichts. Da ist ja schon wieder dieses Frauengeheule, ey. Sind das hier explosive Fässer? Ah, ich denke mal, das steht dann im Wendern... Ne, guck mal, die sehen genauso aus wie die normalen Barrels. Barrels, 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 Barrels. Spare Rips, Spare Rips, Spare Rips. Oder so, keine Ahnung. So, weg. Okay, da oben ist schon mal nichts drauf. Ah, toll, das ist hier komplett dunkel drin. Ähm. Warte mal. Es gibt's ja auch meistens am Nese, dass unter irgendwelchen Kisten irgendwas drunter liegt. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Das heißt, dann geh ich jetzt mal da hinten den Weg runter. Und guck mal, was eventuell da sein könnte. Da war nämlich die große... Halle, wo ich auch die Stimme gehört hab. Da frag ich mich auch noch, meine lieben Freunde, was hier eigentlich sein könnte. Da, hört ihr? So ganz leise im Hintergrund, ey. Ich bin schon wieder fast gerade zusammengezogen. Boah, jetzt machen wir hier Licht an, wenigstens, ey. Damit ich nicht die ganze Zeit mein Öl verbrauchen muss, weil ich hab ja nicht mehr so viel. Vor allen Dingen, das macht einen so nervös mit den Stimmen. Kann ich hier irgendwie was kaputt machen oder so? Das ist ja... Ah, ich kann die Kiste aufmachen. Ich glaub, da ist nichts mehr drin. Nee. Ich glaub nicht, dass ich auch irgendwie was übersehen haben könnte oder so. Das glaube ich momentan auch eher weniger. Weil ich hab ja eigentlich in der letzten Aufnahmepartie alles schön durchsucht. Ich hab erwartet, wo ich den Hammer zusammengebaut hab, dass ich hier irgendwie das Vieh sehe. Also ich halte momentan noch Ausschau nach explosiven Fässern. Also zwei Fässer, die etwas anders aussehen könnten als andere Fässer. Ach, guck mal, da oben ist noch eine Tinderbox. Wow, fuck. Ich bin jetzt fast erschrocken hier. Nee, ansonsten ist hier auch nichts. Nee, hier war ich schon. Und hier geht's wieder nach oben. Darunter stehen noch Kisten. Darunter komm ich, glaub ich, aber selber nicht, ne? Vor allen Dingen, wie soll man da denn hinkommen, ey? Wieso sind da Kisten? Nee, hier ist selber auch gar nichts. Äh, wie komm ich denn mal weg da hinten? Hm. Also momentan bin ich echt rätsellos. Also, was heißt rätsellos? Das ist momentan totale Rätsel hier. Und ich hab mich auf jeden Fall auch schon auf den Kommentar gefreut. Ey, das sind doch nicht alle Rätsel. Es kommen noch mehr. Ja, super klasse, ey. Ich werd am Neser gerade so durch den Popo vögeln. Mein Gott. Ich mag gar nicht solche Rätselspiele nicht. Aber trotzdem... Neser macht ja trotzdem Spaß. So ist es ja nicht. Aber trotzdem frag ich mich echt, was ich hier momentan machen muss. Da unten muss ich ja selber auch nicht hin, ne? Also das denke ich mal eher weniger. Und ist... Wieso kann ich das hier anfassen? Ist das vielleicht dieser Ablaufkanal-Gedöns-Zeugs? Ja, guck mal. Da kann ich auf jeden Fall irgendwie was machen. Vielleicht muss ich da ja irgendwas reintun. Und dann kommt aus der Vagina der Frau so ein kleiner Dingsens raus. Oder so. Da. Aus dem Teil. Also ich denke mal, dass es eine Frau ist. Weil das eher so Frauenbeine sind und nicht Männerbeine. Auch wenn am Neser gerne in den Kasten-Stories gerne nackte Männer die ganze Zeit hin und her fliegen. Beziehungsweise einen erschrecken wollen. Hm. Also ich bin echt momentan ratlos, meine lieben Freunde. Deshalb denke ich mal, wenn ein Kommentar da ist, der mir weiterhilft, werde ich auf jeden Fall Weitamnesia aufnehmen. Und ich hoffe mal auf jeden Fall, dass wenigstens ein Tipp wenigstens kommt von euch. Weil sonst habe ich momentan echt keinen Plan, wie ich hier weiterkommen soll. Und ja, also es ist auf jeden Fall eure Interaktion gefragt hier. Und ja, wie ich hier weiterkommen soll. Und ich frage mich echt, wieso im Gästezimmer gerade so rotes Licht kam, ey. Das ist echt komisch. Na gut. Ich sag dann mal, jetzt geht's ja, ob ich so lange reingehauen. Lass mich so lange duschen, weil ich schlinge ja so sehr. Haut da rein, meine lieben Freunde. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Und bis zum nächsten Part von Amnesty on the Dark Desire.